Der utopische Sexraum war natürlich vor allem als Gag gemeint. Das weiß ich auch heute noch, selbst wenn die Erinnerung bereits verklärt ist und mir meine Aussage im Nachhinein fast wahrhaftig vorkommt. Wim Enderson Einige spirituelle Lehren sagen, dass aller Schmerz letztendlich eine Illusion ist. Und das ist wahr. Eckart Tolle Vorauseilende Wehmut. Bester Zustand. Tanja Arnheim Phase 1 Kapitel 1 Gründonnerstag, 29. März 2018 Der Frankfurter Hauptbahnhof wurde von milder Abendsonne geflutet. Die wartenden Passagiere an Gleis 9 warfen lange Schatten. Auf die Minute pünktlich um 18.30 Uhr fuhr Tanja Arnheim mit ICE 375 aus Berlin ein. Als Jerome Daimler, der eine Tüte mit frischen Backwaren in der Hand hielt, Tanja auf Höhe des Bordbistros aussteigen sah, überlegte er für einen Moment, ob er ihr entgegenlaufen sollte, aber dann fand er es charmanter, einfach stehen zu bleiben. Tanja, die ihr glattes Haar streng hinter die Ohren gewachst hatte und Kopfhörer trug, ging mit ihrem Rollkoffer direkt auf Jerome zu, ohne ihn zu sehen. Jerome konnte gar nicht anders als zu lächeln. Und als Tanja ihn zwischen den umhergehenden Passagieren endlich wahrnahm, strahlte auch sie, was für Jerome erneut ein Ereignis war, denn bei Tanja Arnheim hätte man annehmen können, ihr Gesichtsausdruck ändere sich nie. Und dann plötzlich, hellwach glänzende Augen, gerade Zähne. Tanja setzte ihre Kopfhörer ab. Sie küsten sich. Wie sieht es aus? Hast du Hunger? Diese Frage musste Jerome eigentlich gar nicht stellen, denn Tanja hatte meistens Hunger und nach einer vierstündigen Zugfahrt gewiss. Ich habe lange im Bordbistro gesessen, die Maultaschen waren ganz okay. Sie küsten sich nochmal. Wollen wir gleich nach Hause oder sollen wir uns hier irgendwo rein andrinken? Jerome zwinkerte und Tanja zwinkerte auch. Lass uns zu Hause trinken. Sie gingen Hand in Hand in Richtung U4. Jerome hatte sich nur selten zuvor dafür entschieden, an der Hand eines Girlfriends durch Menschenansammlungen zu gehen. An der Seite von Tanja hinterfragte er dieses Bild nicht einmal mehr. Vor einem Stand für frisch gepresste Fruchtsäfte hatte sich eine kleine Schlange gebildet und es gab noch immer Kunden, die den riesigen Zeitschriftenhandel neben der Burger King Filiale besuchten, um Hochglanzmagazine zu kaufen. Tanja hatte während ihres letzten Besuchs erzählt, dass es ihr deutlich mehr Spaß mache, kurze Videos und Fotos aus der Peripherie zu senden, als aus der Hauptstadt, die jeder kannte. Aus beruflichen Gründen fuhr sie häufig mit Schnellzügen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Außerdem bemühte sie sich, jährlich mindestens eine Fernreise zu unternehmen. Ihre Meinung war, dass viele Menschen ihr Potenzial verschenkten, weil sie ihren eigenen Kosmos zu selten verließen. Jerome hatte ihr zugestimmt. In der gut besuchten U-Bahn saßen sie nebeneinander und küssten sich mit geschlossenen Augen. Jerome kokettierte mit der Rolle des überglücklichen, heterosexuellen Partners. In einem Moment machte er die U4 in Richtung Enkheim zu seiner eitlen Bühne, im nächsten vergaß er seine Umwelt komplett. Als er in einer Kusspause mit einer auffälligen Bewegung seinen rechten Arm um Tanjas vergleichsweise breite Schultern legte, setzte er ein sanftes Lächeln auf. Er merkte, dass er nicht die volle Kontrolle über seine Mimik hatte und das empfand er als gutes Zeichen. Jerome mochte den Gedanken, dass er sich selbst gegebenenfalls unerträglich finden würde, könnte er sich hier in der U4 von außen sehen. Einen Gedanken zu mögen, der andere verunsichern würde, das war typisch für den neuen Jerome, der mittlerweile spielerisch unterschied zwischen einer inneren Persönlichkeit, die nur er selbst kennen konnte, und einer äußeren Persönlichkeit, die sich aus den Zuschreibungen der Umwelt zusammensetzte. Seine äußere Persönlichkeit konnte er auf Fotos und im Spiegel erahnen, da er dort die Blicke, Unterstellungen und Assoziationen anderer automatisch mitdachte. Seine innere Persönlichkeit spürte er besonders dann, wenn er einmal täglich die Augen schloss, um vorzugeben, dass er meditierte. Er hatte in den vergangenen elf Monaten zwar kein einziges Mal einen Zustand erreicht, den er als klassisch-meditativ beschrieben hätte, weil er gar kein Interesse daran hatte, nicht nachzudenken, dennoch empfand er seine Meditationsversuche als wertvoll. Er glaubte, dass die Stimme, die währenddessen in ihm sprach und die ihn an die Vorleseautomatik seines Laptops erinnerte, die Stimme seiner inneren Persönlichkeit war. Seit Jerome diese Stimme kannte, ließ er sich von den Blicken anderer Leute kaum noch irritieren und so hielt er noch nichts mehr davon ab, gelegentlich auffälligere Accessoires zu tragen, wie in der vorletzten Freitagnacht eine orangefarbene Orkley-Sonnenbrille aus dem Jahr 1999. Jerome wunderte sich, dass in der U4 verhältnismäßig wenige Passagiere auf ihre Telefone blickten. Eine Teenagerin starrte Tanja an. Das Mädchen war auffällig gut geschminkt. Ob die dir wohl auf Instagram folgt? flüsterte Jerome. Für die Aufmerksamkeit von Fremden hatte Tanja einen sicheren Blick entwickelt. Die mag nur meine Schuhe, sagte sie. Seit Tanja vor dreieinhalb Jahren den kurzen Roman Panoptikum neu veröffentlicht hatte, hatten einige kunstinteressierte Menschen ihr Gesicht. Weil es in ihrem Buch um eine sinnstiftende Virtual-Reality-Erfahrung von vier befreundeten Männern in einem stillgelegten Landschulheim ging, war sie als Expertin für VR unter anderem in eine Talkshow von Markus Lanz eingeladen worden. Tanja hatte das Missverständnis dankend angenommen, dann in der Talkshow aber betont, dass sie selbst nur etwa so viel über Virtual-Reality wisse, wie jede andere Person, die den Begriff schon einmal nachgeschlagen habe. Diese Haltung wurde ja wahlweise als kokett und überheblich oder als erfrischend ehrlich ausgelegt. Liam, die Hauptfigur in Tanjas Romanminiatur, hatte eine Achtsamkeits-VR gestaltet, durch die seine Freunde ihre Sucht nach sexueller Bestätigung zunehmend in den Griff bekamen, zumindest so lange, bis sein eifersüchtiger Ex-Freund das System hackte und die Protagonisten gegeneinander ausspielte. Jerome hatte während der Lektüre häufig gelacht. Die zahlreichen Kritiken zu dem Buch hatte er erst nachgelesen, als er Tanja schon persönlich kannte. Offenbar hatten zu Panoptikum Neu viele verschiedene Menschen viele verschiedene Zugänge gefunden. Einige Fans gingen so weit zu behaupten, dass sie die Lektüre verändert habe. Und diejenigen, die das Buch nicht mochten, wirkten peinlich stolz darauf, es nicht zu mögen, denn sie mochten ein Buch nicht, das anderen etwas bedeutete, was ihnen ein Gefühl dunkler Überlegenheit gab. Dass Tanja über Männer schrieb, obwohl sie eine Frau war, war in zwei Aufsätzen von Frauen kritisch thematisiert worden. Außerdem war im Essay eines Junior-Profs zu lesen gewesen, dass Tanja Arnheim, deren Gesichtszüge immer wieder als apart beschrieben wurden, für schwule Akademiker zwischen 20 und 45 eine Art Ikone darstellte. Jerome hatte seinen gemieteten Tesla-Jahreswagen an der U-Bahn-Station Kruppstraße geparkt, unweit des Hessen-Centers, einer vollends überdachten Shopping-Mall am Stadtrand, an die Jerome zahllose, großteils positive Kindheitserinnerungen knüpfte. Im Hessen-Center war er oftmals zu Ferienbeginn mit seiner Mutter chinesisch essen gegangen, aber dieses China-Lokal gab es schon lange nicht mehr. Seinen letzten Lunch in dem tageslichtarmen Restaurant mit dem Aquarium datierte Jerome auf das Jahr 2004. Es war das Lokal einer völlig anderen Zeit und doch hatte Jerome lebendige Erinnerungen daran. Während Tanjas letzten Besuch war er mit ihr durch das Hessen-Center gestreift und hatte erklärt, inwiefern sich die Mall verändert habe und inwiefern sich an diesen Veränderungen eine Transformation des generellen Konsumverhaltens ablesen lasse. Der Besuch in Vorstadtmalls habe in den 90er Jahren auch für wohlhabende Städter noch einen gewissen Reiz gehabt, sodass sich im Hessen-Center anspruchsvollere Boutiquen hatten halten können, wie auch Restaurants, in denen man gerne mehr als 30 Minuten verbrachte. Während seines Monologs hatte Jerome die Wörter »Ente kross, süß-sauer« auf eine Weise betont, als läge etwas glühend Nostalgisches darin. Und während des Sprechens war ihm aufgefallen, dass er manchmal Dinge erläuterte, die für Tanja nicht zwingend interessant waren. Tanja hatte geantwortet, dass sie genau das an ihm schätze. Dass so wenige Menschen sich trauten, ihre echten Erinnerungen zu erzählen, da diese naturgemäß arm an Pointen waren, daran erkannte sie ein strukturelles Problem, das eng mit der globalen Ökonomie verwoben war. »Doch gegen Probleme dieser Art ist mein Boyfriend, Jérôme Daimler, offensichtlich immun«, hatte sie ihm Hessen-Center gesagt und Jérôme angelächelt. Jérôme hatte ein warmes Ziehen im Bauch gespürt und Tanja auf den Mund geküsst. Immun hatte sich Jérôme zu keinem Zeitpunkt seines Lebens gefühlt. Die Welt um ihn herum hatte ihn stets beschäftigt. In den Nullerjahren, mit Anfang bis Mitte 20, war von der Gesellschaft aber noch ein größeres Belastungsmoment ausgegangen. Wenn er früher eine Mutter mit ihrem Kind streiten sah, hatte er sich zuerst überlegt, wie er als Kind reagieren und kurz darauf, wie er als Mutter argumentieren würde. Beide Überlegungen hatte er als zehrend empfunden. Mittlerweile dachte Jérôme an nichts, wenn er Mütter und Kinder streiten sah. Er hielt eine souveräne Distanz zu den Dingen, ohne dabei an Empathie einzubüßen, im Gegenteil. Er konnte die Sorgen anderer heute leichter nachvollziehen. Er war fairer und gütiger, aber er litt nicht mehr stellvertretend. Diese Verbesserung seines allgemeinen Lebensgefühls vergegenwärtigte sich Jérôme immer dann, wenn er drohte, nostalgisch zu werden. Denn Nostalgie war nur ein träger Reflex, der einem Mangel an Ideen entsprang. So ähnlich hat es seine Mutter einmal formuliert, auf Englisch jedoch, vor etwas mehr als zehn Jahren. Gerne hätte Jérôme gewusst, wie viele Tesla-Fahrzeuge im Rhein-Main-Gebiet kursierten, aber er hatte nicht versucht, es zu recherchieren, denn so dringend wollte er es dann doch nicht wissen. Bei Jenny Köhlers Electric Rental, einer neuen Institution auf der Hanauer Landstraße, bekam er bereits Treuerabatt, obwohl er dort erst zum dritten Mal einen Wagen gemietet hatte. In dem Autoverleih, über dessen Parkplatz nach US-amerikanischem Vorbild farbige Wimpel wehten, arbeiteten ausschließlich junge Frauen in weiten, teils ölverschmierten Uniformen. Am Rückspiegel des Tesla hing ein grüner Duftbaum, bedruckt mit der blumig-geschwungenen Unterschrift von Jenny Köhler. Jérôme dachte gar nicht erst daran, den Duftbaum aus seinem Sichtfeld zu entfernen. Er mochte es, Dinge exakt so zu nutzen, wie sie ihm angeboten wurden. Er war auch immer ein Freund von Zwischenmieten in bereits büblierten Zimmern gewesen und von Restaurants, die nur wenige Tagesgerichte auf der Karte hatten. Diese Haltung hatte er eine Zeit lang als Bescheidenheit missverstanden. Dabei beruhte sie auf einer Sehnsucht nach Ordnung und Struktur, die zu einem gewissen Maß auch sein Interesse an Gestaltung begründete. Den Drang zu gestalten, sah Jérôme eng mit dem Zwang verbunden, Dinge ordnen zu müssen. Und wenn man nichts geordnet werden konnte, weil alles schon vorgegeben war, war die Erleichterung enorm. Die meisten seiner Eigenschaften konnte sich Jérôme aus seiner Biografie ableiten. Schon als Kind hatte er seine Spielsachen gerne in Reihen auf dem Teppich ausgelegt. Aber er war gemeinhin kein Freund klassisch-psychologischer Ansätze. Die Fakten waren schnell benannt. Jérôme Daimler, freier Webdesigner, im November 1982 geboren im Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt am Main, aufgewachsen in Maintal, Studium in Düsseldorf und Den Haag, Berufseinstieg in Offenbach, wohnhaft, jetzt wieder in Maintal. Auf der kurzen Fahrt über die A66 gab es keine Komplikationen. Der grau-schwarze Innenraum des Tesla roch so, wie neue Autos auch früher schon gerochen hatten. Tanja benutzte Bluetooth, um ihr Telefon mit der Anlage zu verbinden und spielte ihre Spotify-Playlist der Woche, die Jérôme wie so oft besser gefiel als gedacht. »Guter Track«, sagte er über ein schwermütiges Lied. »Das ist Bladdy.« Tanja schaute nach. »Ja, das ist Bladdy.« »Der Track heißt Nump slash Beverly Hills.« Auf dem Beifahrersitz las Tanja nun den Wikipedia-Eintrag zu Bladdy und schaute sich Bilder von ihm an. »Schwede, Jahrgang 1994. Die meisten Fotos sind gut inszeniert und andere gar nicht. Sympathisch.« Jérôme hatte Tanja gegenüber schon einmal erwähnt, dass ihm die Musik jüngerer Künstler meist mehr gäbe als die von Gleichaltrigen oder Älteren. »Ich bin froh, dass es jetzt schon wieder so viel länger hell bleibt«, sagte Tanja. Jérôme wusste, dass sie derartiges nicht etwa sagte, um Gesprächszeit zu füllen, sondern weil sie tatsächlich erleichtert war. Ihre Bereitschaft, auch gewöhnlichere Gedanken zu teilen, war etwas, das Jérôme sehr an ihr schätzte. Von Fremden wurde ihr mitunter ein Leidensdruck unterstellt, vermutlich, weil sie selten lächelte. Dabei wusste Jérôme, dass Tanja meistens in der Lage war, sich auf etwas zu freuen. Er konnte sich kaum vorstellen, dass es viele Menschen gab, denen es emotional besser ging als Tanja. Ihre jüngere Schwester Sarah, die Drehbuch in Potsdam studierte, litt hingegen an Depressionen. Tanja hatte einmal erzählt, dass der Jahrgang 1988 besonders anfällig für psychische Erkrankungen sei. Keinem anderen Geburtenjahrgang der 80er und 90er würden angeblich mehr Antidepressiva verschrieben. Ausgerechnet in der Familie Arnheim sei es aber so, dass es Tanja, Jahrgang 88, meistens gut ging, während Sarah, Jahrgang 92, ohne medizinische Hilfe in akuter Selbstmordgefahr schwebte. Als Tanja dies als eine statistische Kuriosität bezeichnete, hatte Jérôme zunächst keine Antwort gewusst. Später hatte er gesagt, du kannst nichts dafür, dass Sarah traurig ist. In Maintal sahen viele Gebäude aus, als wären sie von Grundschülern entworfen. Symmetrische Dreiecke, die auf rau verputzten Fassaden saßen, darin Eheleute, die Kinder aufzogen. Die meisten Einfamilienhäuser der Kleinstadt... ... ... ... ...